Verzeihung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Fräulein, die Speisekarte bitte. Bitte sehr. Was möchten Sie trinken? Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Helles oder dunkles? Ein helles, bitte. Bitte sehr. Zum Wohl. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Und zum Nachtisch? Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Guten Appetit. Danke. Noch ein Bier bitte. Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Ja, prima. Zahlen bitte. Das macht 11 Mark 20. Hier sind 12 Mark. Stimmt so. Dankeschön. Verzeihung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Fräulein, die Speisekarte bitte. Bitte sehr. Was möchten Sie trinken? Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Ein helles oder dunkles? Ein helles, bitte. Bitte sehr. Zum Wohl. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Guten Appetit. Danke. Noch ein Bier bitte. Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Ja, prima. Zahlen bitte. Das macht 11 Mark 20. Hier sind 12 Mark. Stimmt so. Dankeschön. Verzeihung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Fräulein, die Speisekarte bitte. Bitte sehr. Was möchten Sie trinken? Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Helles oder dunkles? Ein helles, bitte. Bitte sehr. Zum Wohl. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Und zum Nachtisch? Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Guten Appetit. Danke. Noch ein Bier bitte. Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Ja, prima. Zahlen bitte. Das macht 11 Mark 20. Hier sind 12 Mark. Stimmt so. Dankeschön. Verzeihung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Fräulein, die Speisekarte bitte. Bitte sehr. Was möchten Sie trinken? Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Helles oder dunkles? Ein helles, bitte. Bitte sehr. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Und zum Nachtisch? Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Noch ein Bier bitte. Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Ja, prima. Zahlen bitte. Das macht 11 Mark 20. Hier sind 12 Mark. Stimmt so. Dankeschön. In der Gastwirtschaft. Say. Gastwirtschaft. Gastwirtschaft. Say. In der Gastwirtschaft. Now listen to Mike's first line. Directed to a German sitting at a table where there is a vacant seat. Verzeihung, ist hier noch frei? Say. Frei. Noch frei. Say. Ist hier noch frei? Again. Ist hier noch frei? Say. Verzeihung. Verzeihung. Say. Verzeihung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Say. Ja, bitte. Ja, bitte. Mike is neither being forward and asking if the chair is taken, nor is he looking for someone to practice his German on. Actually, it is common practice in Germany to share a table with a stranger, if all other tables are taken. A good way to meet someone. Ja, bitte. Say. Ja, bitte. Ja, bitte. Now Mike asks for the menu. Fräulein, die Speisekarte, bitte. Say. Speisekarte. Say. Die Speisekarte, bitte. Die Speisekarte, bitte. Say. Fräulein. Fräulein, die Speisekarte, bitte. Bitte sehr. Was möchten Sie trinken? Say. Trinken. Say. Möchten. 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 Möchten Sie trinken? Say. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Say. Bitte sehr. Was möchten Sie trinken? Trinken. Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Say. Ein Glas Bier. Ein Glas Bier. Bringen Sie mir... Bringen Sie mir... Say. Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Helles oder dunkles? Say. Helles oder dunkles? Helles oder dunkles? Ein helles, bitte. Say. Ein helles, bitte. Ein helles, bitte. Bitte sehr. Zum Wohl. Say. Bitte sehr. Bitte sehr. Say. Zum Wohl. Zum Wohl. Say. Bitte sehr. Zum Wohl. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Say. Salat. Salat. Say. Bratkartoffeln. Say. Kartoffeln. Now. Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Say. Bratkartoffeln und Salat. Say. Schweinekotelett. Notice that the E after the T in... Kotelett... is not pronounced. Say. Kotelett. Say. Schweinekotelett. Now the whole line. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Again. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Und eine Tasse Kaffee. Again. Und eine Tasse Kaffee. Erdbeereis. The word... Erdbeereis... consists of three distinct syllables, with the stress on the first one. Say... Erdbeereis. 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 Say... Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Erdbeereis. Erdbeereis. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Noch ein Bier, bitte. Say... Noch ein Bier, bitte. Noch ein Bier, bitte. Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Say... Das deutsche Bier? Das deutsche Bier? Say... Schmeckt Ihnen? Schmeckt Ihnen? The entire question. Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Ja, prima. Say... Ja, prima. Ja, prima. Mike is finished and wants to pay. He says... Zahlen, bitte. Say... Zahlen, bitte. Zahlen, bitte. Das macht elf Mark zwanzig. Elf Mark zwanzig means eleven marks and twenty pennies. Mark and Pfennig are German currencies, like our dollar and penny. When you hear a price, you won't hear the word Pfennig, since it's understood. Say... Elf Mark zwanzig. Elf Mark zwanzig. Say... Zwanzig. Zwanzig. Say... Das macht elf Mark zwanzig. Das macht elf Mark zwanzig. Hier sind zwölf Mark. Stimmt so. Say... Stimmt so. Stimmt so. Say... Zwölf Mark. Say... Hier sind zwölf Mark. Hier sind zwölf Mark. Stimmt so. Hier sind zwölf Mark. Stimmt so. And the waitress thanks, Mike. Dankeschön. Say... Dankeschön. Dankeschön. Exercise seven. Listen and repeat. Verzeihung. Verzeihung. Ist hier noch frei? Ja, bitte. Fräulein, die Speisekarte bitte. Bitte sehr. Was möchten Sie trinken? Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Bitte sehr. Bitte sehr. Helles oder dunkles? Ein helles, bitte. Bitte sehr. Zum Wohl. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Und zum Nachtisch? Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Guten Appetit. Danke. Noch ein Bier, bitte. Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Ja, prima. Zahlen, bitte. Das macht 11 Mark 20. Hier sind 12 Mark. Stimmt so. Dankeschön. Verzeihung. Verzeihung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Fräulein, die Speisekarte bitte. Bitte sehr. Was möchten Sie trinken? Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Helles oder dunkles? Ein helles, bitte. Bitte sehr. Zum Wohl. Ich möchte Schweinekotelett mit Bratkartoffeln und Salat. Und zum Nachtisch? Erdbeereis und eine Tasse Kaffee. Guten Appetit. Danke. Noch ein Bier, bitte. Schmeckt Ihnen das deutsche Bier? Ja, prima. Zahlen, bitte. Das macht 11 Mark 20. Hier sind 12 Mark. Stimmt so. Dankeschön. Schön. Vielen Dank.